hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder nach dem ticket und heute habe ich das spiel afk arena runtergeladen habe ich schon ich habe meinen account auch gefunden bei afk arena ist das immer so du musst erst ein paar hunden kämpfen damit dass du deinen kontowechsel auf kommst wie lange habe ich das schon nicht gespielt schön eins haben wir m m fest k k k hier sind nach dem zu schon etwas Ich glaube die habe ich, den Vogel kenne ich nicht, die kenne ich nicht. Den kenne ich auch nicht. Bei dem bin ich mir sicher, dass ich den nicht kenne. Kann man sich angucken. Die habe ich glaube ich. Ja. Den weiß ich nicht. Der hat ein Auge. Cool. Die habe ich auch. Ne, die habe ich gar nicht. Da müsste ich gleich erstmal gucken. Bevor ich den Pfeil schon nehme. Nachricht. Alles einzeln. Alle löschen, verstecken. Ah, muss ich lesen um zu löschen. Okay. Okay. Und. Quest. Events. Eine Beschwerung. Da habe ich nichts. Jetzt. Da habe ich zwei Stück von. Okay. Und das war's. Gut. Was ist da noch? Aber ich bin klick. Und... Du hast ihn noch. Du hast ihn wieder. Du hast ihn noch nicht. Du hast ihn noch nicht. Estabfangen. Du hast ihn noch nicht. I wurde eingeführt. Und es ist для sweetieren wertvoll. Das ist nicht einiges. Gegner am Zug, jetzt bin ich wieder am Zug. Ich weiß zwar nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich glaube die mit der höchsten Zahl muss man immer nehmen, oder das ist wahrscheinlich am besten, außer wenn eine kombinierbar ist. Oh, den habe ich doch gerade gezogen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Was ist das jetzt für ein Spiel? Das war die Falle. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das ist ja auch eine Tagesquest, das Labyrinth abzuschließen. Bei irgendein Spiel habe ich das anders gemacht. Warte mal, ich mache das mal so wie ich das beim anderen Spiel gemacht habe. Da habe ich mit den schwächsten Leuten angefangen. Was ist das? Ich glaub das hätt ich mal vorgaben machen sollen, damit das schwächste in der Musse fahre. Die sind jetzt alle 61 hier. Mit der Methode finde ich ihn nicht ganz gut, aber er ist bei den anderen Spielsmeistern. Das war's für heute. So. 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 Dann wird irgendeiner wiederbelebt. Ein zufälliger Charakter. Drei Stücke sturmt bei mir. Zweit Etage. Du hast... Embrace... ...the Arcade. Ja. Oh, was wird da? Dann soll ich nur... ...ein weiter in der Tasche... Also... ...mess ja jetzt nehmen, dann hab ich keinen mehr. Ach je... Ich glaube, ich komm nicht bis zum Ende. Puh, 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 Puh. 2.5. Das kann doch nicht so sein. Cups. Okay. Okay, ich habe noch einen Held. Ein neuer Held wiederbehebt. Ich mache schon ein Wecher. Okay. 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 Ich komme für dich. Okay. 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 Und schon. Okay. 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 Wow. I am still tired. May the light protect us. So, wenn ich jetzt nie sterbe. Dull. Das wars. Alle dort. Aber die Quest fertig. Angebot haben wir noch. Nehmen. Das war's. 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 Das ist ein bisschen schwierig. 6.000. Den kann ich glaube ich locker besiegen. Das war's. 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 Der hat eigentlich 8 Millionen. Eieiei. Ich glaube, da hat er auch einen KV. Der ist doppelt so stark als ich. Nein, doppelt so stark. Ich habe hier nur 55k. Das war auch ein Quest. Was leuchtet denn da noch? Da unten. Und der noch? Oh, 3 Stück. Oh, 3 Stück. Eins. Eppisch. Den habe ich schon mal. 2. Blauer. Und 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Verstetigen. Löschen. Verstetigen. Was leuchtet hier bei der Gilde noch? Was leuchtet hier bei der Gilde noch? Was leuchtet hier bei der Gilde noch? Was leuchtet hier bei der Gilde? Was leuchtet hier bei der Gilde noch? Was leuchtet hier bei der Gilde? Was i bergelet hier? Uh, der ist so viel drin! Was leuchtet hier bei der Gilde noch? Oh, das ist so lustig! Hum, warum ist das falsch? Ich weiß nicht, ob das war, ob die anderen noch da waren. Genau so viel. Neun Kisten gab es. Hier ist der Bus. Hier. Oder hier. Da. 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 Super. Aufstehen. Da. 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 Dann kriegt er den dazu. Waren wir noch. Jetzt. Da brauche ich zwei Stück. Habe ich. Oh ne. Jetzt hat hier eine Frau. Dann machen wir den hier. Dann habe ich zwei. Gut. Ach warte mal. Die habe ich doch hier. Da. Wenn ich die da ja schon habe. hier. Aber die ist stärker. Den vielen kann ich noch einen Aufstieg machen. Möchte nehmen. Und die war ein Opfer. Dann habe ich ja hier unten nochmal. Mal. Wo wir suchen. Wär es ja eigentlich. Weil von denen habe ich zwei. Also soll er auch vorne sein. Genau. Okay. Das ist so eine ganze Aufstiege die ich machen könnte. Gut. Dann machen wir den hier. Gut. Ustetigen. Da ist jetzt noch einer. Den ich mir gerade gekauft habe. Wofür. Keine Ahnung. Weil es witzig ist. Okay. Jetzt ist hier alles voll. Jetzt kommt die Dunkelwald noch. Zwei episch brauche ich. Nee. Nee. Und jetzt so ein. Ganz normaler. Nee. Auch zwei episch. Jetzt noch ein normaler. Hier. Ach nur noch zwei grün. Gott sei Dank. Den und den. Fertig. Dann schicken wir ihn mal aus. Nächsten. Und die letzten. Nein. Ich habe kein Gold mehr. Das gibt es doch nicht. Keine Mann. Oder? Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Kriege ich den anderen denn hin? Nein. Ach auch nicht. Ich brauche zwei Stück. Ein Gold und ein grünen. Okay. Jetzt werden wir gleich mal gucken. Was wir da machen können. Alle ausrüsten. Nein. Nein. Gehst du raus? Mhm. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Okay. Dann schauen wir nochmal. Ich will. Ich will. Ich muss erstmal nochmal aus. Ich will. Ich will. Ich will. war ich hier schon mal ja? schnell mal durch gut Portraits welch habe ich neu? welch habe ich neu? welch habe ich neu? den habe ich neu Geschichte öffnen und einhavel und dann haben wir noch das was oh, aus deswegen oh, Entschuldigung gut, dann mal das alles die Quest und äh, genau wir brauchten noch einen goldenen wo waren das gewesen? nein, das war dunkelbreit hier war das gut, weil ich kann ja noch hier auch fünf Leute beschwört ok, ein grün haben wir perfekt ein episch kann ich beschwören den habe ich glaube ich auch schon gehabt weil ich hätte sonst den hier genommen und geschaut wer davon gold und wer das grüne Zeichen hat das sind die, die mir fehlen den habe ich auch noch gar nicht hm mal kurz gucken mal kurz gucken schicken wir den hier los äh da ist ein grüner und ein goldner und da ja ich habe nur ein zwei ein so einem weißen Dingens ein Lichtkämpfer ohne die heißen keine ahnung dann nehmen wir noch den zweiten davon also die habe ich doch nicht gewählt also die habe ich doch nicht gut dann denke ich das war es schon für heute das war es schon für heute quest annehmen aufstieg ach ich krieg hier wieder super und hier nicht die für den ne ok die werde ich jetzt nicht aufwand obwohl den habe ich habe ich den alte mann den habe ich auch und den habe ich auch in episch dann brauche ich den ja nicht in episch mal schauen in episch oder den das ist denn mit dem oder lieber den warte hin warte hin bogen schützen ach bogen schützen da macht musik bisschen stimmung super jetzt muss ich hier wieder rein das ist HHHHH ja das ist das ist das das ist gut war das jetzt auch fertig die Wand leuchtet schon wieder Felden leuchtet auch schon wieder Stimmt wegen der Rüstung Oh warte mal ich habe nur geschaut wer Rüstung hat ich habe mich hier unten auf das Zeichen geschaut ob ich etwas verbessern kann und da bin ich glaube ich an ein paar vorbeigeschlittert die ich verbessern könnte da war noch eine Geschichte frei gewesen da zum Beispiel und hier und hier den kann ich verbessern ok jetzt sind wir einmal durch jetzt schauen wir mal nach den Geschichten wo ich noch Punkte kriege Hilfe von Punkte Ich habe sonst was gehört ich glaube nicht ich bin 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 gut yo leute ich habe jetzt alle roten Punkte abgeschlossen ich werde immer sagen das war's für heute ich habe noch eine Quest oder genau ein Kampf ok kommt die eine Quest machen wir auch noch schnell ein Kampf ich muss ja noch nicht mehr drüben aber ich habe ihn gewöhnen soo jetzt haben wir alle Dailies naja alle Dailies nicht aber wir haben die Dailies bis zu 100% geschafft ich könnte jetzt noch diese drei machen aber mit kein punkt mehr außer dieses schilder gut dann beende ich mal das spiel aber dann noch drinnen spiel beenden dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen beim nächsten mal wieder bei seid bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen